Äh, jeder macht doch ein Minecraft Let's Play. Hier, Grabel und auch Lava ist zu wissen, dass ich gerade momentan einen Sonnenbrand habe und mich deswegen total freue. Hm, sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Bello, komm, wir gehen erst mal irgendwo hin und zwar erst mal zur Kiste da ein bisschen was ablagern. Auch für unser Lager. Ich habe auch den Vorschlag bekommen, dass ich das alles mal so in, äh, ja, in einem extra Haus anbauen soll. Also die ganzen Kisten und so weiter, aber, äh, da bin ich eher gegen, weil, äh, ich habe ja hier jetzt erst mal genug Kisten, um in, um mal hier in Stückzahlen zu sprechen. 16 Stück und ich denke mal, da brauche ich nicht extra noch ein Haus dafür, wo ich das alles einlagern kann. So, habe ich hier noch Holz. Holz, nee. Das ist aber schade. Und da sind auch nicht, hm. Okay, das ist wirklich ein bisschen doof. Vorhin, der hier in der Nähe auch kein fucking Baum ist, außer der da hinten, aber da will ich nicht hin. Und natürlich noch Dida. Dida, 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 oder Dida. Ah, ich habe gar kein, kein Schwert. Das brauche ich doch, als Reiter. Oh, Hans. Na, und weil ich kein Holz, aber kann ich es mir nicht machen. Äh. Ja, dann mepp mal wieder, wie schlau dieser kleine Typ namens Günther L.P ist. Jetzt muss man wieder bombastisch hier, was hier abläuft. So. Juhu, juhu, juhu. Jumping all over the floor und, äh, Peaceful gerade mal umstellen auf, äh, anders, weil ich gerade Aufnahme von Adventure Map gemacht habe und die aber ganz gut und dann, äh, habe ich aber da auf Peaceful gestellt und jetzt habe ich mich vergessen umzustellen. So ungefähr war das. Sogar in chronologischer Reihenfolge. Wenn es sich dabei kein, ja, komisches Deutsch gesprochen habe. Dann natürlich wie immer auch Hochdeutsch. Hm. In einem, in einem äquickenden, ja, Term habe ich das gesprochen. Sodass es selbst zu dem Primitivsten schön klingt, aber dennoch, inzwiegend ist. Hm. Hört, hört. Der König hat gesprochen. Hört, 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 hört. Leider ist er nicht mein Lili Pony drauf. Leider, leider. So, also noch ein Brot reinschieben. Hm, alles lecker. Ah, nom, 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 nom. Ähm, komm, das kann ich mal ablegen hier, das auch. Und dann kann ich mal hier ein bisschen, äh, da ran. Und dann ein wenig Kraften. Juhu, Kraften, stimmt. So, ich bin ja so sehr auf Kraften. So eine Spitzsacke brauchen wir nur auch. Naja, das ist so, ist die Spitzsacke. Und eine Schaufel und eine Axt können wir auch mal in den nächsten Wochen. Vor allem, da ich jetzt noch ein bisschen buddeln will. So. Fertig, Axt ist fertig und ich habe nicht geguckt, weil ich aufgenommen habe. Yay, das heißt, dass dieser Party wieder nur um die fünf Minuten rum. Oh Gott, why? So, ich habe mir jetzt mich vorgenommen, ein bisschen den Weg weiterzubauen. Frage des Moments, hier so geht es lang und dann muss ich hier so lang auf das Ding hier drauf und dann hier weiter und so weiter und so fort. Dann hier rauf. Und dann dahinten zur Brücke. Ich habe nur. Ja, ist der genauso. So. Hier ist der Weg. So, ich kann ja mal so ein bisschen lang gehen und dann hier mal so ein bisschen abkrabbeln. Soll jetzt hier natürlich auch kein perfekter Weg sein, keine Musterlösung, aber so, dass man den Weg anbringen kann. Also an Boden anbringen kann. Bam, bam. Da, 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 da. So sieht der Weg doch schön aus. Naja, man kann es zumindest anbieten. Ich wollte ja keine Fackeln setzen. Nicht ein bisschen Dirt, weil ich Dirt so viel schöner finde als Fackeln. So, hier nochmal gerade so ein bisschen abrunden. Hier auch noch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, das Iteran seinen Gegebenheiten oder seinen Vorstellungen anpassen. Ist immer ganz schön. So. Jetzt fühle ich den Weg hier auf den Berg rauf. Ja, ich glaube schon. Dann muss ich hier mal noch so ein bisschen wegpacken. Egal, das ist ja alles ganz schön hier. Ich will ja auch jetzt mal ein bisschen weiterkommen beim, beim Bauen. So. Da, 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 alles weg, ja, alles weg. Das mag sowieso keiner. Batschiri ist nie. Cool likes, girl. Äh, ich meine, dort. Einfach so ein unnötiges Item. Ja, dort brauchen wir noch gar nicht über mein Kopf. Nee, nee. Ob das ist, wenn überhaupt nur optische Einbildung drin noch braucht. So. Okay, jetzt hab ich leider nicht mehr genug Geroll. Das ist ein bisschen tragisch. Hm. Genau, was ich auch noch mache, ich nehme jetzt mal ein paar Sätze und dann, äh, wird erstmal ein bisschen was angebaut. Und bestimmt keine Bäume. So viel kann ich euch verraten. Hm. Aha, hier geht's rein. Wärts gedacht. Und jetzt ist die Spinne auf meinem Schreibtisch. Aber die lasse ich mal am Leben, weil die Spinne, die fängt ja schön Insekten und die Insekten können mich dann logischerweise nicht stechen. Das ist dann immer ganz praktisch. So, erstmal alles ablegen, ne. Kennen wir ja. Und jetzt die Sätze anlegen. Ich kann auch mal wieder mein Feld ernten. Das ist mal wieder an der Zeit. Ja, Bello? Ja, da guckte ich mich einfach nur an und sagte, ja, geht schon. Das geht schon. Aha, das geht schon. Die Frage ist, wo baue ich meine Bäume an? Ach, Mann. Und da rein ein. Und da rein ein. Ah, nee, 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 nee. Das ist... Das sieht zwar im Nachhinein kacke aus, ist aber gut zur Farm und ich weiß genau andersrum sagen. Ach, wieso mache ich das denn jetzt nochmal? Ich klatsche oben einfach ein paar Bäume drauf und dann passt das schon. So. Jetzt hier noch ein paar Birken. Jetzt hier noch ein paar davon. Ein bisschen, dass das hier auch schon ausgewogen ist und ein bisschen, ja, gemischt. Dann muss ich hier die Platze etwas mischen, ne. Platze im Basel des Wortes. Dann will ich ja nicht immer so eintürig bleiben. Nicht so wie ich. Weil ich rede auch immer total eintrücklich und so hat man ja auch bei der Adventure-Map gesehen. Falls das überhaupt schon online ist. Was ist mit der Adventure-Map? Weiß ich nicht. So, dahin und dahin. Dann weiß ich auch wenigstens, wo der Weg sonst auch hinführen muss, nämlich hier aus Platon drauf. Hier aus Platon kann ich auch noch irgendwas kommen, ich weiß noch nicht genau was. Hm. Bum. Oh, jetzt hab ich das Schaf getroffen. Hier mal ein Voller Quickscope. Hier haben wir mal wieder einen Enderman zugange. Wahrscheinlich. Und da hier noch so ein bisschen. Oh, 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 oh. Passt schon alles. Wie gesagt, ein bisschen seinen Vorstellungen anpassen. Das gehört ja dazu. Hier ist immer noch ein Loch. Das muss ich auch noch irgendwann mal beseitigen. Muuu. Muuu. So, Samen, Samen, Samen. Wir müssen ja alles zusammen. Bermelo. Belo, du kannst mir übrigens auch mal helfen. Oh, nein, nicht meine Focke. Den will ich doch noch behalten. Aha. Wer darf und von 40? Hallo. Hast du gerade genickt? Böser Hund, Böser Hund. Jetzt muss ich jetzt extra nochmal neu flügen. Mein Flügeln. So. Weizen, Weizen, Weizen. Am liebsten habe ich es, wenn Frauen ihre Beine springt. Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich war, Bello. Ja, komm aus dem Wasser und mach mich jetzt mal nass. Hast du fein gemacht, Bello. Total fein von dir. Feinfühlig wahrscheinlich. So, da noch eins. Genau, und jetzt rein die Ebene runter. So, ja. Bello. Mensch, schieb mich doch nicht immer hin und her. Das mag ich doch nicht ganz so. Der Hund träumt mich. Oh, Bello. Das ist hier schon wieder was kaputt gemacht. Bello, du musst aufpassen. Uns muss ich nicht mehr an der Leine holen. Hm. Es ist schon wieder dunkel, ey. Wie schnell, Kinders denn? Mir kam das vor wie 10 Minuten. Weil es natürlich auch keine 10 Minuten sind. Und wie lange dauert es, bis die Sonne untergeht? 8 oder 10 Minuten? Ich weiß das schon nicht mehr ganz so genau. Weil ich schon Alzheimer habe. So, und zack. Jetzt haben wir wieder ordentlich Brote. Jetzt können wir uns endlich wieder den Wands zustopfen. Heute Abend wird geschlemmt. So. Gold und Eisen und Gold und Eisen und Gold und Eisen. Bam, bam. Klatschi. So, ich kann da mal ein bisschen Kohle hier rausnehmen. Na, einfach mal hier raus die Hälfte. Und da muss man noch ein paar Fackeln machen. Und ich glaube, ihr wisst schon, wo auf das hinausläuft. Und zwar wieder auf eine Höhlentour. Yeah. Ja, ich muss dazu zugestehen, dass ich in Minecraft das sehr mag, in der Höhle zu sein. Einfach schon, weil man da so ein bisschen den Scary-Faktor hat. So ein bisschen wie so ein Horrorspiel. Ah, der erste Baum ist auch schon gewachsen. Das ist ein fein gemacht, Baum. Feiner als Bello. Bello ist immer so ein ganz ranziger Hund. So. Ich brauche eine Hölle. Ich brauche den Eingang zur Hölle. Ach, Bello. Ich deportiere dich ja nicht mal direkt vor mich. So. Na los, Hölle. Zeig dich. Das ist nur Schweine. Vielleicht gehe ich mal zur Küste zurück. Schräg sich in diesen Wald hinein. Na ja, Wald eher weniger. Haben wir mittlerweile schon abgeholzt. Hier, Mann. Äh, Contra-Grün. Oh yeah. So. Hm, das sieht doch schon höhlenartig aus. Genau wie das da. Mal gucken. Ich glaube, ich finde da was. Ich bin ja wieder traurig. Hallo. Ach, jetzt brennt hier wieder alles, ne? Letztes Mal ist also hier nicht alles abgebrannt. Bin ich schaffbar. Dough. Dough. Hm. Na also, weil ihr es nicht verstanden habt, ich bin jetzt hier froh. Und dann, äh, brennt hier was an und dann sag ich Dough. So wie Homer Simpson im Englischen schrägstrich amerikanischen Original. So. Ne, ich finde hier wirklich kein grünen Ast. Und obwohl er ein Hölleiniger. Grüne Ast, das gibt es hier in Mengen. Ich bin hier sogar auf Vorrat, aber so ein Mieneingang, das ist hier schon so ein bisschen ja, was schwierigeres. Das ist gar nicht gar, der Hölleiniger. Muss ja schön gekocht sein. Und so schön saftige Höhle ist. Das Problem ist, wir finden das eben nicht. Und das ist immer das Problem, weil es das Problem ist. Ah, was erspähen in meiner Adleraugen da. Wasser. Ja, super. Mist. Das hier sieht doch mal interessant aus. Oh, Kohle. Hab ich die schon erforscht, die Mühle? Ähm, jetzt schon. Die habe ich noch nicht erforscht. Jetzt schon. Was ist denn hier los? Oh, ich nehme mal am besten die Schaufel. Ich brauche sowieso noch gerollt, deswegen ist es hier ganz praktisch. Es kann sein, dass dahinter noch was ist. Auch wenn ich das für sehr unreliesslich halten, aber... Na ja, man gibt sich die Hoffnung wie auch. Nee, hier hinterher ist nichts mehr. Ja, ja, ja. Hier ist alles nichts. Alles nett voll, Junge, alles nett voll. Verdammt, das ist natürlich... Welch ein Frevel. So. Ich muss gerade zwei Geräume mitnehmen. Einfach, weil man es kann. Okay, also die beiden Höhlen waren jetzt schon mal nicht sehr ergiebig. Die waren nicht ganz so saftig, wie man es gerne hätte. Hm. Uh. Ah. Juhu, Höhle zu Ende. Juhu, Höhle zu Ende. Ja. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt das Ende vom Lied. Im Sinne von... Jetzt ist dieses Video hier leider zu Ende. Wieso ist das ein Licht? Achso, da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein! Und wiruche nun mal freuen! Tschau! S aí S, 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 S,N S, 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 S I